Die schreckliche Lebensgeschichte von Fenrir Greyback. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über den berüchtigten Werwolf Fenrir Greyback sprechen. Wir graben in seiner Vergangenheit und decken einige Dinge auf, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Ob du es glaubst oder nicht, vor langer Zeit war Fenrir Greyback ein ganz normaler Zauberer. Er hatte keine scharfen Zähne, lange gelbe Fingernägel oder Haare, die aus jedem Teil seines Körpers sprossen. Er verwandelte sich auch nicht in eine schreckliche, gefährliche magische Kreatur, wenn der Vollmond den Himmel erleuchtete. Es gibt zwar Spekulationen darüber, ob Greyback jemals ein Zauberer war oder nicht, aber Rowling hat bestätigt, dass nur Zauberer in der Lage sind, sich in Wehrwölfe zu verwandeln, nachdem sie von einem Artgenossen gebissen wurden und das Muggel einfach sterben, wenn sie gebissen werden. Und das bestätigt offensichtlich die Tatsache, dass Greyback tatsächlich ein Zauberer war, bevor er zum Werwolf wurde. Auch wenn die Informationen über ihn spärlich sind, deuten die verfügbaren Beweise darauf hin, dass Greyback vielleicht sogar einmal ein Schüler in Hogwarts war. Die Tatsache würde seine magischen Fähigkeiten, seine Verbindungen zu den Todessern und seinen Hass auf normale Zauberer erklären. Doch an einem schicksalshaften Tag, vermutlich nach Abschluss seiner Zaubererausbildung, wurde der Zauberer Greyback einer Begegnung mit einem Werwolf ausgesetzt, bei der er leider gebissen wurde. In diesem Moment wurde Fenrir von einem namenlosen Werwolf mit Lykantrophie infiziert. Eine magische Krankheit, die Hexen und Zauberer in Werwölfe verwandelt. Jemand, der mit Lykantrophie infiziert ist, wird fortan als Lykantrop bezeichnet. Es gibt zwei Möglichkeiten ein Lykantrop zu werden, aber unabhängig davon, wie man sich infiziert, wird es als unheilbarer Fluch betrachtet, der die Existenz des Opfers völlig verändert. Die erste Art, sich mit Lykantrophie zu infizieren, ist, wenn man als Zauberer von einem Werwolf gebissen wird, wobei der Biss unter bestimmten Umständen tödlich sein kann. Außerdem muss man von einem Werwolf in seiner Wolfsgestalt und zwar zur Zeit des Vollmondes gebissen werden. Der Speichel des Werwolfs muss sich mit dem Blut des Opfers vermischen. Für den zweiten Weg zu dem Fluch wird kein Werwolf benötigt, jedenfalls nicht direkt. Es ist die Vererbung der Krankheit. Das ist eine sehr unangenehme Vorstellung. Es ist sehr schwer, als Werwolf ein normales Leben zu führen, wie wir bestens an dem Beispiel von Remus Lupin erkennen können. Viele Werwölfe leben sehr zurückgezogen, denn wenn man Menschen erlaubt, sich einem zu nähern, bringt man deren Leben in Gefahr. Sobald das Opfer mit Lykantrophie infiziert ist, verwandelt es sich jeden Monat bei Vollmond von einem Menschen in einem Werwolf. Die Verwandlung selbst zum Werwolf ist als äußerst schmerzhaft beschrieben worden und nach der Verwandlung verliert der betreffende Zauberer vollständig sein Gefühl für Recht und Unrecht. Ab diesem Zeitpunkt der Verwandlung ist man sich seiner Handlungen nicht mehr bewusst. Aus diesen Gründen entwickelte das Zaubereiministerium 1637 den Verhaltenskodex für Werwölfe, den die Werwölfe alle unterschreiben mussten, indem sie versprachen niemanden anzugreifen, sondern sich jeden Monat sicher zu verschließen. Aber es überrascht nicht, dass niemand den Kodex unterschrieb, da niemand bereit war ins Ministerium zu gehen und zuzugeben ein Werwolf zu sein, denn niemand wollte dafür verurteilt werden. Der Verhaltenskodex für Werwölfe mag eine gute Absicht gehabt haben, aber es verlangte von einem Werwolf auch, dass er seinen Status offenbart und die Konsequenzen dafür zu tragen hat. Von dem Moment an, indem man seinen Namen registriert, würde man sofort seine Rechte und seinen normalen Status verlieren. Werwölfe wurden wirklich zwischen den Abteilungen Bestien und der Abteilung für die Regulierung und Kontrolle magischer Kreaturen geschoben, weil sich niemand entscheiden konnte, ob ein Werwolf als Mensch oder als Bestie eingestuft werden sollte. Es überrascht also wirklich nicht, dass Fenrir Greyback, als er gebissen wurde, nicht die Absicht hatte, seinen Werwolf-Status beim Ministerium zu registrieren. Fenrir verabscheute es, sich jeden Monat in den Werwolf zu verwandeln und hatte lange Zeit das Gefühl, als würde er ein verfluchtes Leben führen. Aber mit der Zeit begann sich Fenrirs Sichtweise auf seinen Zustand zu ändern. Denn eines Tages erkannte er, dass sein Zustand ein Geschenk und keineswegs ein Fluch war. Der Mangel an Verständnis und Einfühlungsvermögen der Außenwelt für seinen Zustand trieb ihn in die Wut. Und genau diese Wut nutzte er als Treibstoff, um sich an der Welt zu rächen, die ihn zurückgewiesen hatte. Anstatt sich mit einem Leben als Ausgestoßener abzufinden, nahm er seinen Zustand an und machte es sich zum Ziel, genug Werwölfe zu schaffen, um die Zaubererwelt zu beherrschen und zu übernehmen. Sein Ziel war einfach, so viele Menschen wie möglich mit Lykantrophie zu infizieren. Henry Greyback ist vielleicht der wildeste Werwolf, der heute noch lebt oder lebte. Aber dazu kommen wir später noch. Er sieht seine Lebensaufgabe darin, so viele Menschen wie möglich zu beißen und zu infizieren. Er will genug Werwölfe erschaffen, um die Zauberer zu besiegen, die versuchten ihn und seine Rasse zu unterdrücken. Voldemort hat ihm Beute als Gegenleistung für seine Dienste versprochen. Es ist auch erwähnenswert, dass was Werwölfe angeht, Greyback besonders grausam war. Während die meisten Werwölfe nur unabsichtlich Menschen, während ihrer Verwandlung beißen, ging Greyback sogar so weit, sie in seiner menschlichen Form zu beißen – und das im vollen Bewusstsein über sein Verhalten und seine Brutalität. Sein blanker Hass auf die Menschheit bedeutete, dass niemand weder Mann, Frau noch Kind sicher war. Greyback hatte sogar eine Vorliebe dafür, Kinder zu beißen. Weil Greyback so viele Jahre lang so nah an der Grenze zwischen Mensch und Werwolf entlang lief, begann er schließlich selbst in seiner menschlichen Gestalt einem Werwolf zu ähneln. Greybacks Einstellung und seine Hingabe für die Sache der Werwölfe veranlassten ihn schließlich dazu, ein Anführer in der Werwolfsgemeinschaft zu werden. In den 1960er Jahren richtete er und seine Rudel Werwölfe in ganz Großbritannien sehr viel Unheil an. Doch obwohl er seine eigene Revolution anführte, wurde Fenrir Greyback zu diesem Zeitpunkt von den Todessern rekrutiert, die auf der Suche nach allen möglichen dunklen Kreaturen waren, um das Ministerium zu stürzen. Greyback schloss sich ihnen nicht an, weil er an ihre Sache glaubte, sondern weil es ihm Zugang zu potentiellen Opfern verschaffte und einen zusätzlichen Angriffskanal gegen das Ministerium eröffnete. Es ist auch erwähnenswert, dass Fenrir nie den Status eines echten Todessers erhalten hat. Das Stigma der Zauberergemeinschaft gegenüber Werwölfen galt nicht nur für die Guten und obwohl er Werwölfe verabscheute, erkannte Voldemort, dass Fenrir eine mächtige Waffe war. Voldemort wusste, dass er Fenrirs Berühmtheit ausnutzen konnte, um die Kontrolle über die zaubernde Bevölkerung zu bekommen und seinen eigenen Aufstieg zur Macht zu beschleunigen. Es spielte für Voldemort schon eine kleine Rolle, dass er ein Werwolf war, sodass er ihn nie zu einem Todesser machte. Allerdings verbündete er sich trotzdem zu seinen Zwecken mit ihm. Voldemorts wahre Feinde waren Muggelgeborene, Muggel und Blutsverräter. Und Fenrir war nicht der einzige Anhänger Voldemorts, der nicht reinlütig war. Er heuerte Riesen, Dementoren und alle anderen Arten von dunklen Kreaturen an, um das Ministerium zu stürzen. Voldemort war manipulativ und hat im Grunde genommen alles getan, was immer nötig war, um am schnellsten an die Macht zu kommen. Wenn Menschen bereit waren, für ihn zu arbeiten, unter dem Vorwand, dass sie von Vorteil sind, würde er das sicherlich zulassen, denn es wäre eine Win-Win-Situation. Voldemort begann, Fenris Berühmtheit zu nutzen, um seinen Feinden Angst einzuflößen, indem er drohte, den schrecklichen Werwolf auf ihre Kinder loszulassen. Im Jahr 1965 wurde Greyback vom Zaubereiministerium zur Befragung vorgeladen, um über einen Angriff auf zwei Muggelkinder auszusagen, bei dem diese ums Leben gekommen waren. Greyback konnte alle Ministeriumsmitarbeiter täuschen und ihn weismachen, er habe nichts damit zu tun gehabt, außer einem. Laie Lupin konnte körperliche Besonderheiten an Greyback feststellen, die ihn auf einen Werwolf schließen ließen. Doch dies veranlasste ihn, den Ausschuss zu bitten, dass Greyback bis zum nächsten Vollmond, der nur einen Tag entfernt war, in Gewahrsam genommen werden sollte. Die anderen Ausschussmitglieder waren sich einig, dass diese Vorsichtsmaßnahme unnötig war und in dieser Phase begann Greyback, Lupin zu verspotten. In seiner Wut begann Lupin, Werwölfe als seelenlos, böse und nichts als den Tod verdient zu bezeichnen. Etwas, das Greyback nie vergessen würde. Nach Lupins Wutausbruch wurde er aus dem Raum verwiesen und Greyback wurde daraufhin freigelassen. Doch bevor der Zauberer, der ihn aus dem Untersuchungsraum begleitete, einen Erinnerungszauber auf Greyback anwenden konnte, überwältigte ihn Greyback und floh zusammen mit drei anderen Wehrwölfen. Von diesem Tag an begann Greyback seine Rache an Lyle Lupin zu planen, dem Zauberer, der so unverblümt gesagt hatte, er verdiene nichts als den Tod. In einer schicksalshaften Nacht drang Greyback durch ein Fenster in das Haus der Familie Lupin ein und griff Lyles Sohn Remus an, der noch nicht einmal fünf Jahre alt war. Lyle erwachte, als er etwas hörte und ging direkt zum Zimmer seines Sohnes, wo er mächtige Zaubersprüche sprechen musste, um Greyback loszuwerden. Doch leider war es für die Familie zu spät. Bevor Lyle eingreifen konnte, war es Greyback gelungen, Lyles Sohn Remus mit Lykantrophie zu infizieren. Das bedeutete natürlich, dass Lyles eigener Sohn ein Werwolf geworden war. Es war nie Greybacks Absicht, Remus zu töten. Er wusste genau, was er tat, als er ihn infizierte. Sein Handeln war die ultimative Rache an dem Mann, der so offen zum Ausdruck brachte, dass alle Werwölfe nichts als den Tod verdienten. Remus' Eltern brachten ihn zu verschiedensten Heilern, um ihn zu heilen. Aber leider gab es bis zur Entdeckung des Werwolfs-Bandtrankes nichts, was den Fluch auch nur annähernd unterdrücken konnte. Ich war ein sehr kleiner Junge, als ich den Biss erhielt. Meine Eltern haben alles versucht, aber damals gab es noch kein Heilmittel. Der Trank, den Professor Snape für mich gebraut hat, ist eine ganz neue Entdeckung. Bevor der Trank entdeckt wurde, verwandelte ich mich jedoch einmal im Monat in ein gefährliches Monster. Es schien unmöglich, dass ich in der Lage sein würde, nach Hogwarts zu kommen. Andere Eltern würden nicht wollen, dass ihre Kinder mit mir in Berührung kommen. Familie Lestrange Eine der bekanntesten Lestranges war zweifellos gar keine richtige Lestrange im eigentlichen Sinne. Bellatrix Lestrange, geborene Bellatrix Black, heiratete in die Familie ein, nachdem sie Rudolfus Lestrange traf. Dies tat sie nur, um in eine reinmütige, mächtige Familie einzuheiraten. Abgesehen davon hatten die Lestranges die Tradition, ihre Cousins zu heiraten, um die Reinheit ihrer Blutlinie zu wahren, ähnlich wie das Hause Gaunt. Sie waren relativ wohlhabend und bekannt für ihr Interesse an den dunklen Künsten. Daher überrascht es nicht, dass Bellatrix und Rudolfus zwei von Voldemorts treuesten Todessern waren. Greyback wurde während des Ersten Zaubererkrieges nie gefasst, was bedeutete, dass er und sein Rudel-Werwölfe viele Jahre lang die zaubernde Bevölkerung terrorisierten. Auch nach Voldemorts Diederlage im Jahr 1981 ging Greyback davon aus, wie viele andere auch, dass Voldemort tot sei. Er war nicht mehr durch das Sicherheitsnetz von Voldemort und seiner Sache geschützt und so zogen sich Greyback und seine Werwölfe in die Schatten zurück. Zumindest für eine kurze Zeit. Als Voldemort 1995 schließlich zurückkehrte, schloss sich Greyback wieder seiner Sache an und nahm seine Aufgabe wieder auf und verrichtete die Drecksarbeit für den dunklen Lord. Greybacks Berühmtheit war besonders wertvoll für Voldemort, denn die Aussicht einem furchterregenden, kannibalistischen Werwolf gegenüber zu stehen, würde selbst den furchtlosesten Hexen und Zauberern Angst einjagen. Aber nicht nur seine Berühmtheit diente einem Zweck. Greyback war im Laufe des zweiten Zaubererkrieges in viele Konflikte verwickelt. Kurz nach der Schlacht in der Mysteriumsabteilung überfiel Greyback die Winkelgasse und kidnappte den Zaubererstabmacher Ollivander. Danach besuchte er zusammen mit Draco Malfoy den Laden Borgin & Birx. Dort drohten sie gemeinsam Mr. Borgin, damit er sich an dem Plan beteiligte, die Todesser über das Verschwindekabinett nach Hogwarts zu bringen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Greyback schon die neue Gewohnheit entwickelt, seine Opfer zu essen, nachdem er sie getötet hatte, während er in seiner menschlichen Gestalt blieb. Diese Tatsache ist ein großer Beweis für Greybacks Grausamkeit, denn die meisten Werwölfe hatten kein Verlangen, außerhalb ihrer Wolfsgestalt Menschenfleisch zu essen. Am 30. Juni 1997 schloss sich Greyback den Todessern bei ihrer Invasion von Hogwarts an und fand schließlich zum Astronomie-Turm, wo sich Albus Dumbledore befand, der später getötet wurde. »Bist du das, Fenrir?« fragte Dumbledore. »Das stimmt,« häusperte sich Greyback. »Freust du dich, mich zu sehen, Dumbledore?« »Nein, ich kann nicht sagen, dass ich das tue.« Fenrir Greyback grinste und zeigte seine spitzen Zähne. Blut ran an seinem Kinn herunter und er leckte sich langsam über die Lippen. Nach Dumbledores Tod durch Severus Snape kam es zu einer Schlacht am Astronomie-Turm. Ein Kampf, bei dem Greyback das Gesicht von Bill Weasley angreifen und entstellen konnte. Zum Glück für Bill war Greyback zu diesem Zeitpunkt des Angriffes jedoch nicht in seiner Wehrwolfsgestalt, was bedeutete, dass er sich nicht mit irgendeiner Art von Lykantrophie infiziert hatte. Nachdem er Bill angegriffen hatte, nahm Greyback Harry ins Visier, der sich mit einem Ganzkörper-Klammerfluch wehrte, der ihn lähmte. Nach dem Kampf wurde Greyback zusammen mit einigen Todessern gefangen genommen und nach Azkaban geschickt. Seine Gefangenschaft dauerte jedoch nicht lange, da er nur ein Monat später entkam. Nach diesem Ereignis und dem anschließenden Fall des Zaubereiministeriums schloss sich Greyback den Schnappern an, einer von Lord Voldemort gegründeten Organisation von Kopfgeldjägern, wo er eine Führungsposition übernahm. Zusammen mit den anderen Schnappern durchkämmte Greyback das Land auf der Suche nach flüchtigen Muggelgeborenen, Blutsverrätern und anderen Gegnern von Lord Voldemorts Sache. Während seiner Tätigkeit als Schnapper war Greyback erstes erfolgreich Kopfgeld das Auffinden von Dirk Cresswell, Ted Tongs, Dean Thomas und den Kobolden Gryphook und Gornuk. Dean und Gryphook wurden gefangen genommen und inhaftiert, während Dirk, Ted und Gornuk ermordet wurden. Danach fanden Greyback und seine Bande jedoch eine viel wertvollere Truppe, die aus niemand geringerem als Ronald Weasley, Hermine Granger und Harry Potter bestand. Sie vermuteten, dass sie tatsächlich Harry Potter gefangen hatten, aber sie waren nicht in der Lage, das zu bestätigen. Dies lag daran, dass kurz bevor sie von den Schnappern gefangen genommen wurden, es Hermine gelang, Harry mit einem Brandzauber zu treffen, der sein Gesicht verformte. Dadurch wurde Harry fast unkenntlich gemacht. Greyback und die Schnapper brachten Harry und die Bande nach Malfoy Manor, in der Erwartung, dass Lucius, Narcissa, Bellatrix oder Draco in der Lage sein würden, Harry zu identifizieren und sie zu belohnen. Als Bellatrix The Strange das Schwert von Godric Gryffindor bei den Gefangenen entdeckte, machte sie sich auf den Weg, um ihr Schwert zurückzuholen, von dem sie glaubte, es befände sich in ihrem Tresor in Gringotts. Dies war jedoch sehr zum Entsetzen der Schnapper. Die Schnapper glaubten, dass dieser Gegenstand nun ihnen gehörte. Sie protestierten dagegen, dass Bellatrix das Schwert nun an sich nahm, woraufhin Bellatrix alle vier besiegte. Es ist unklar, was genau dann geschah, aber es ist anzunehmen, dass Greyback zusammen mit Bellatrix und den Malfoys von Voldemort dafür bestraft wurde, dass er Harry Potter entkommen ließ. Das nächste große Ereignis, bei dem wir Greyback sehen, ist die Schlacht von Hogwarts, wo er sich am Blutvergießen erfreute. Soweit wir wissen, war das einzige mutmaßliche Todesopfer in Folge von Greyback die Hogwarts-Schülerin Lavenda Brown, bevor er von Hermine Granger abgewehrt wurde. Zwei Leichen fielen vom Balkon. Als sie den Boden erreichten, raste ein grauer Fleck, den Harry für ein Tier hielt, auf vier Beinen durch die Halle und biss seine Zähne in einen der Gefallenen. Nein, schrie Hermine und mit einem uhrenbetäubenden Schlag ihres Zauberstabs wurde Fenrir Greyback von dem kraftlosen und sich um sich schlagenden Körper von Lavenda Brown zurückgeschleudert. Er kam nur mühsam wieder auf die Beine. Dann mit einem hellen weißen Blitz und einem Knall fiel eine Kristallkugel auf seinen Kopf und er sackte zu Boden und rührte sich nicht mehr. Es ist ein wenig schwierig zu interpretieren, was genau mit Fenrir danach geschah, weil sein Schicksal vom Buch zum Film unterschiedlich interpretiert werden könnte. Im Film wird Fenrir von Hermines Betäubungszauber getroffen und in die darunterliegende Schlucht geschleudert, vermutlich in den Tod. Die Szene aus dem Film steht jedoch im Widerspruch zum Buch, denn im Buch tauchte Greyback später im Kampf wieder auf. Hermine hat ihn zwar mit einem Sprengfluch getroffen, aber das hat ihn nicht getötet und ihn wahrscheinlich auch nicht so weit fliegen lassen, wie es im Film gezeigt hat. Im Buch wird gesagt, dass Ron und Neville Greyback zu Fall bringen. Aber was bedeutet zu Fall bringen wirklich? Haben Ron und Neville einen Tötungsfluch ausgesprochen? Was haben sie mit ihm gemacht? Meiner Meinung nach hätten Ron und Neville ihn nicht getötet, sondern nur betäubt, was sein Schicksal ziemlich offen lässt. Meiner Meinung nach gibt es zwei Möglichkeiten, was mit ihm passiert sein könnte. Die erste Möglichkeit ist, dass Greyback betäubt wurde und danach nach Asgaban geschickt wurde. Und in Asgaban würde Greyback den Rest seines Lebens verbringen. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, dass Greyback entkommen ist. Er ist ein sehr zäher Wolf, der sich die meiste Zeit seines Lebens erfolgreich einer Verhaftung entziehen konnte. Er war sehr widerstandsfähig und hatte viel mehr Prügel einstecken können als ein normaler Zauberer. Nach der Schlacht von Hogwarts denke ich, dass er sich einfach davon schlich und sich mit anderen Wehrwölfen zusammenschloss. Sie zogen sich zurück und warteten ab, bis sie schließlich einen erneuten Angriff auf die Zaubererwelt durchziehen können. Und das war's für heute. Ich hoffe, du hast dieses Video genossen und etwas Neues gelernt. Wenn du mehr über Greyback oder andere Charaktere aus dem Harry Potter Universum wissen möchtest, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.